Hi, wir stellen euch heute den Holocircle von i-Systems aus Hamburg vor. Dabei handelt es sich um eine neuartige Display-Technologie. Wir sprechen hier von einem Propeller, der mit LEDs besetzt ist und der dreht sich in so einer Geschwindigkeit, dass die Illusion eines Hologramms erzeugt wird. Genau, den Holocircle gibt es in drei verschiedenen Größen. Hinter uns seht ihr den 50 Zoll. Holocircle, das hier sind 65 Zoll. Der Unterschied ist hier, dass gleich zwei Propeller verbaut sind und das Gerät gibt es auch noch mal in 100 Zoll. Die Geräte haben alle 1200 Candela und der Verwendungszweck ist ganz klar Marketing. Man kann es auf Messen verwenden, man kann es in Point of Sale verwenden. Was gibt es noch für Möglichkeiten? U-Bahn-Stationen, Flughäfen, also da gibt es vielerlei Anwendungsmöglichkeiten. Ich würde jetzt einfach mal starten. Dafür braucht man eine App, die nennt sich Holocircle. Ich bin jetzt im WLAN verbunden vom Holocircle und ich starte jetzt einfach mal eine Anwendung. Dann könnt ihr im Hintergrund sehen, wie sich das Bild aufbaut. Die Besonderheit ist ja auch, dass man einfach im Marketing immer wieder wechselnde Motive braucht. Man verkauft nicht nur ein Produkt und es ist sehr leicht in der App einfach eine Playlist zu erstellen und zu sagen, hier diese Objekte sollen abgespielt werden. Dabei sprechen wir von MP4 oder JPEG-Dateien. Im Hintergrund seht ihr jetzt schon mal einen Hamburger. Ich wollte jetzt hier keine Werbung für Adidas machen, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Ich mach den mal wieder aus, weil ihr hört auch die Lautstärke. Wenn auch ihr diese Technologie auf euren Events ausprobieren wollt oder die sogar bei euch im Unternehmen testen wollt, meldet euch einfach bei uns. untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank.